So, hier die dritte Gitarre, die ich für euch anteste. Auch wieder eine Takamine Selbeholzkombination mit einer Zählerndecke, Mahagoni Zargeboden, Mahagonihals, Permissandergriffbrett, Cutaway und diese Gitarre klingt in meiner Meinung nach besonders rund und warm und das würde ich euch jetzt gerne mal demonstrieren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018